Bravissimo wird präsentiert von Barilla. Bravo für dich! Bravissimo, die erste Foodtruck-Challenge der Schweiz. Promis und Foodblogger kochen um die Wette und müssen mit einem kreativen Pasta-Gericht überzeugen. Coach und Food-Artist Sandro Zinkela steht mit Rat und Hand zur Seite. Der Gewinner des Pasta-Duells darf im großen Finale der Tavolata antreten. Wer das sein wird, entscheiden die Zuschauer und der Coach. Denn sie vergeben ihre Bravos für das beste Gericht. Einen extra Kochtipp gibt es vom Fussballstar und Foodblogger Jan Sommer. Bravissimo! Welcome to Baden, nicht sein Tropez. DJ Antoine möchte beim heutigen Duell den Takt vorgeben. Aber hier spielt die Musik. Bloggerin Scarlett Steiner ist mit Pasta gross geworden. Coach Sandro Zinkela ist gespannt. Ah, Toni, dich verspieße ich doch zum Morgen. Komm. Wir Männer, wir kochen mit Scham. You're gonna win with love and you're gonna lose. You wish. So, so ihr zwei. Ganz ruhig. Jedes Kind weiss, Hunde, die bellen, bissen nicht. Und ich hoffe, dass nach euren Worten Daten erfolgen. Das hier sind eure Herausforderungen. Auge, Auge. Ah, Toni. Du musst es so richtig nicht verkehrt halten. Du musst es so halten, ja. Das Rezept für beide lautet Linguine mit Pesto Rustico aus dem Ofen. Ich kenne das fix fertig schon, muss ich zugeben. Ein Glas aufmachen und servieren. Und sonst, als Rezept ist mir das noch nie begegnet. Sind wir bereit für die Regeln? Yes. Also, die Rezepte, die ich hier habe, gelten als Grundlage. Ihr habt hinter euch einen wunderschönen Marktstand. Versuche mit diesen Zutaten euch individuell und kreativ eure eigene Note reinzubringen. Wenn ich mir eine Hilfe brauche, dann kann ich mich jederzeit rufen. Sind wir bereit? Sind wir, oder? Dann kann ich nur noch sagen. 3, 2, 1, get your Bravos! Du kannst es jetzt wieder. Du nimmst alles weg. Einmal alles weg. Einmal alles weg. Hallo. So, hör mal etwas. Komm jetzt. Das ist einfach unfair. Los, los, Toni. Gibt es eine Stimmung hier drin? Stimmung? Hallo! Also, los, Toni. Du kannst dich warm anlegen. Ehrlich gesagt habe ich noch keinen Plan. Und ich würde einfach mal sagen, wir kochen jetzt mal drauf los. Und am Schluss gibt es sicher ein Menüsurpreis. Wenn ich das jetzt selber koche, das werden wir jetzt gesehen. Aber ich glaube, die Hauptzutaten sind da. Ich stehe auch jeden Abend in der Küche. Ja, wenn ich nicht koche, stehe ich nicht in den Städten und mache irgendetwas. Und dann gibt es eigentlich immer ein gutes Glas Wein. Meine Kochkünste sind wild, sind spontan und freestylisch. Also, das Buch liegt nie bei mir beim Kochen. Du bist schon am Kochen? Leck, bist du schnell. Hey Toni, wie läuft's? Ich könntest du nicht einmal ein bisschen Wein verteilen während dem ich koche? Kommt dann nachher anstehen. Habt ihr Lust auf das Glas Wein? Ja, ich auch. So, das ist vergescht. Also, durch das Managen ist gut. La Bella Vita! Bella Italia! Jeder hat so seine Tricks auf Lager. Auch Jan Sommer. Hier noch ein Tipp, falls euch mal zu viel Salz in den gerutscht ist. Nehmt zwei, drei geschälte Herdöpfel und legt sie zu der Pasta ins Wasser. Die nehmen das überschüssige Salz auf und stellen das geschmackliche Gleichgewicht wieder her. Falls die Pasta immer noch zu versalzen ist, spülen sie einfach nach dem Kochen nochmal an. Hast auch du einen Trick auf Lager, dann teile ihn mit uns mit dem Hashtag BravoToYou. Skarnet legt ganz schön vor und gibt den Ton an. Noch 15 Minuten! Schlusssport! Es ist meine Pestoal, ich probiere es jetzt mal. Where is it? Oh! Ups! Skarnet, Hunger! Yes! Wir machen einen mega Druck. Fertig! Schätzli, du bist immer noch auf dem Love Trip. Willst du nicht mal schauen? Ja, müssen wir schauen. Skarnet, essen! Kommen, kommen, kommen! Wow, ey! Ich liebe Sandro. Danke vielmals. Besto Rustico, Interpretation von mir. Soll ich dir erzählen, was es ist? Ja unbedingt, ich höre sie zu. Ich habe versucht, die verschiedenen Texturen der Oberscheine zu bringen. Ich liebe verbrenntes Gemüse. Insbesondere bei den Oberscheinen kommt das sehr schön heraus. Gleichzeitig braucht es aber auch etwas Saft, damit sich das Ganze mit der Pasta verbindet. Und darum die auch angerüsteten Tomaten zusammen mit der frischen und dann einfach mit viel Kräutchen. Das klingt vollendet. Wunderbar! So, ich mache jetzt das Italienisch nur mit der Gabel. Ich finde es immer cool, wenn man Aromen suchen muss. Es kommt immer so etwas. Am Anfang kommt zuerst etwas ganz penetrant. Es verzieht sich langsam. Es kommt die Röstnoten, die ist wunderbar von den Oberscheinen. Rüchte Säure. Top! Merci vielmals. Cool! Wir haben schon gemerkt, beim Anricht ist bei der Scarlett schon eine Routine gekommen. Scarlett hat für mich nicht so eine intensive eigene Note, die jetzt gerade so rausgestochen ist. Sondern sie hat eigentlich wirklich ein Gericht, finde ich, sehr, sehr gut umgesetzt. Und man muss nicht immer suchen, was hier anders speziell ist. Antoine überreicht seine Spaghetti Rustico in rhythmischer Manier. Perfekt. Umgegangen, sogar noch vorne. Hast du jetzt einfach alle seine Pfannen gemacht? Nein, ich habe mit zwei Pfannen gearbeitet. Am einen habe ich Suga gemacht, Tomatensauce. Am anderen habe ich Auberginen und Zucchetti gemacht. Ich habe mit zwei Komponenten gearbeitet. Aber auch mit verschiedenen Zutaten gearbeitet, dass es vielleicht eine einzigartige Mischung gibt. Ich finde es sehr mutig, aber auch gut, wenn man so etwas wagt. Jetzt gehen wir aber auf das, was wirklich zählt. Das Elementale, oder? Den Geschmack. Also erstes Mal sehr schön al dente gekocht. Da ist es auch mal sehr gut. Aber vielleicht ein bisschen zu wenig Salz im Wasser. Das Aroma finde ich fantastisch. Es gibt so einen leicht orientalischen Touch, finde ich. Aber trotzdem mit der Zucchetti zusammen, mit den trockneten Tomaten. Es ist ein gelungenes Gericht, würde ich sagen. Doch, du kannst also wirklich auch kochen, muss man sagen. Bravo! Hallo! 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 Wow! So du kommst jetzt noch mal mit dem như Bein cubic Eine Bravos für blau oder rot. Scarlett, Antoine. Unsere Gäste haben entschieden. Sie haben ihre Bravos verteilt. Ich würde zuerst meine 5 Bravos vergeben. Bei mir ist es auch heute sehr knapp ausgefallen. Und zwar hat mich jemand sehr überrascht. Der Sieger hat für mich im Gesamteindruck besser gepunktet. Und diese 5. Bravos. Gehen Sie an. Die Zahl ist mir aber keines, oder? Die Spannung steigt. Blau. Scarlett hat einfach ihren Weg gewerbt. Sie hat sich sehr Mühe gegeben beim Präsentieren. Und das ist auch in Gaumen gewandert. Aber! Was heisst aber? Somit hat sie mit euch 15 Bravos. Der Antoine hat aber 16 Bravos! Somit ist er der Gründer! Yeah! Ich habe gewonnen Leute und es geht mir gut. Ich finde es genial, dass ich gegen eine Bloggerin gewonnen habe. Und jetzt ins Finale darf. Nächste Woche bei Bravissimo. In Lausanne trifft Chaos auf Perfektion. Wer wohl das überzeugendere Pastagericht auf die Teller bringt? Bravissimo wird präsentiert von Barilla. Bravo für Dich! Ja!